Die hingerotzteste American-Dream-Story, die man sich vorstellen kann. Und dann kriegt die noch einen Oscar dafür. Ich bin back, bitch. Oh nein. Oh yeah, baby. Und damit herzlich willkommen zu Hot Take Surf Cold, dem In-Game-News-Podcast. Ich war zwar nur eine Woche weg, aber es hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt. Mister, ich bin nie krank, meldet sich an dem Tag krank, wo er der Einzige ist, der ein Thema vorbereitet hat. Digga, ich hätte hier den Play-Button vollgekotzt. Wenn du das gewollt hättest, ich wäre gekommen. Let's go, schön, dass du wieder da bist. Ja, geil. Der Release von EAFC24 steht an. Und wir haben ja schon mal in einer früheren Folge darüber gesprochen über In-Game-Käufe. Ich glaube, es war die zweite oder dritte Folge. Gute Folge. Checkt es auf jeden Fall aus. EA hat es tatsächlich geschafft, die neue Fußball-Simulation noch mehr Pay-to-Win zu machen als jedes FIFA zuvor. Heavy. Es gibt ein neues Evolution-System. Hast du davon schon gehört? Ja, du hast eine Karte, die startet, keine Ahnung, bei 70, Overall-Rating und dann kannst du die mit Challenges weiter hochraten, bis sie dann zum Beispiel 89 hat. Genau, genau. Die grundlegende Mechanik finde ich gut, weil du kannst halt dann auch eher schwache Karten einfach durch viel spielen, über die Saison quasi behalten und musst halt nicht ständig dann Roster-Shuffle quasi machen. Ist doch geil. Finde ich eine geile Mechanik. Jetzt gab es einen Leak von Futsheriff, das ist ein bekannter Insider auf Twitter, der sich viel mit FIFA beschäftigt hat und jetzt eben mit EAFC. Der schrieb, es gibt zwei Varianten für diese Upgrades. Ein kostenloses und, du ahnst es, ein bezahltes. Ein bezahltes. Oha. Und das Bezahlte ist angeblich besser. Hä, warum? Also du kriegst angeblich bessere Stats mit deinem Upgrade, wenn du das Upgrade bezahlst. Hä, was ist das denn? So, und das kostet laut dem Leak, wie gesagt, alles noch nicht bestätigt, 50.000 Coins oder 1.000 FC-Points. Also einen lockeren Zehner. Für einen Upgrade? Für einen Upgrade. I am never gonna financially recover from this. Also da muss ich sagen, da kracht es aber ganz gewaltig. Ja, aber ey, gutes Gameplay wird sich immer durchsetzen. Nur weil du ein geiles Team mit teuren Karten hast, heißt das nicht, dass du gut spielst. Das stimmt, aber dass es dir Vorteile bringt, die dann einfach unfair sind, weil ich weiß, dass FIFA sich damit immer rausgeredet hat und dass EAFC jetzt auch sich damit rausreden wird mit ja, aber man kann ja auch einfach besser spielen als die andere Person. Das stimmt alles, aber es ist einfach faktisch ein Vorteil, Geld in EAFC zu stecken, weil du dir die 2% einfach Vorteile erkaufen kannst. Aber 50.000 Coins sind doch eigentlich gar nicht so viel. Naja, aber überleg mal, du kriegst pro, wenn du reinsteigst, haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, so 400, 450 Coins. Wenn wir so rechnen und überschlagen, spielst du über 100 Matches für einen Upgrade. So, Dicker, ein Match dauert 10 Minuten. Du kannst aber auch einfach Thomas Müller ziehen und für 80.000 verkaufen. Und dann hast du ein Upgrade. Ja. Wir sind natürlich bedient, können sich ja vorstellen. Dann kannst du auch Thomas Müller im Kader behalten. Meinst du, die ändern das noch? Also, dass sie runtergehen, dass sie halt sagen, ey, nicht 50.000 Coins, sondern 25.000 oder irgendwie sowas, weil sie ja am Anfang gesagt haben, so, wir wollen mehr auf die Community hören und so weiter. Und dieses, das erste EAFC soll alles anders machen. Ja, weiß nicht, Bruder, wenn du mehr auf die Community hören willst, dann lass halt die Bezahlscheiße raus. Ja, okay. Klar, da steckt irgendwo ein Reiz drin. Das ist ja wie früher Sammelkartentrieb, so Pokémon, Yu-Gi-Oh! Karten, was auch immer man früher gesammelt hat. Es war immer geil, ein Boosterpack aufzumachen. So funktioniert es ja. Das ist ja dieser Suchtfaktor von Sammeln. Aber, Dicker, das macht doch das Spiel nicht besser. Ich finde dieses ganze Ultimate-Team-Konstrukt einfach so unglaublich shady. Und ich finde es so, so, so weird, dass wir in Deutschland dann seit Jahren darüber reden, soll man E-Sport zum Sport machen oder nicht? Und dann machen wir genau das Spiel zum E-Sport in Deutschland, was halt diese Glücksspiel-Mechaniken aber sowas von unter die Decke pusht. Also, weiß ich nicht. Das Spiel mit der wahrscheinlich jüngsten Zielgruppe auf dem Gaming-Markt, abgesehen von jetzt so Nintendo-Games. Fortnite. Oder Fortnite. Aber ich finde diese Mechanik an sich geil, weil ich bin immer dafür, in allen Spielen, wenn du mir was gibst, das ich verbessern kann, dann gib mir sinnvolle Challenges, die Spaß machen und die meinen Spiel bereichern. Also, wenn das zum Beispiel ist, ich will bei Haris Tabakovic, der aktuell Top-Stimmer bei Hertha, will ich halt, dass der Schusswert sich erhöht, dann muss ich halt fünf oder 15 Tore von außerhalb des Sechzehners machen. Das ist eine geile Challenge, weil dann muss ich mein Spiel ein bisschen anpassen, ich muss halt ein bisschen neue Sachen ausprobieren. Ich lerne vielleicht auch was dabei, weil ich ja selber besser werde damit. Und dann werde ich dafür belohnt, indem meine Karte besser wird. Geile Mechanik. Aber warum muss ich dafür bezahlen? Warum muss ich dann noch bezahlen? Ja. Ja. Wir fragen einfach mal die Zuschauer. Mich würde mal interessieren, ob ihr zehn Euro investieren würdet, um einen Spieler zu verbessern. Schreibt's mal in die Kommentare. Janik, du als alter Film-Fan, was ist dein most overrated Film? Blindside. Ah, dieser Film mit dem Footballer, ja. Dean is your family, Michael. You have to protect them. Sony here is your quarterback. You protect his Blindside. When you look at him, you think of me. Ja, der ist wirklich, der läuft andauernd im Fernsehen und andauernd kommen die Leute an und sagen, das ist so emotional. Wie viele Leute mir schon gesagt haben, das ist so ein toller Film, der ist so gut, der ist so emotional. Der ist scheiße. Und Sandra Bullock ist so gut in dem Film. Dicker, jede blonde Frau hätte das spielen können. Das ist nicht Sandra Bullock, die den Film carriert. Also wirklich, das ist die hingerotzteste American Dream Story, die man sich vorstellen kann. Und dann kriegt die noch einen Oscar dafür. Und dann kommt am Ende raus, dass es eigentlich alles Fake-Scheiß ist. Ja, das kommt dann noch dazu, dass jetzt inzwischen rausgekommen ist, der hat ja seine Ziehfamilie da verklagt, weil er meinte, die haben ihn finanziell einfach nur ausgenommen. Aber wichtig, dass alle für den Film immer die Taschentücher bereitstellen, weil der ist ja so emotional und das ist ja so eine Herzensgutfrau. Ich habe leider keinen Film, sondern eine Filmreihe. Ich sage es jetzt einfach, Twilight. It's time. Yes, it is. Ja, okay. Dicker, Twilight nicht gecheckt, aber alle haben das früher... Du hast Twilight nicht verstanden? Naja, nicht gecheckt, warum die das feiern. Achso. Weil früher haben das... Ich dachte, du hast vor Twilight gesessen und gesagt, ich verstehe nicht, was da passiert. Ich dachte, er ist ein Mensch, aber eigentlich ist er ein Vampir. Warum glitzert der? Ich hätte auch noch eine... Du hast noch eine Filmreihe, sag mal eben. Ich hätte noch eine Filmreihe für dich. Der Hobbit. Hä? Was? Das ist ja die bodenloseste Scheiße, die ich je gehört und gesehen habe. Cut. Du kannst mir nicht erzählen, dass du die Geschichte vom Hobbit in drei, zwei Stunden Film erzählen musst. Das ist so schlecht. Dieser Film sieht... Diese Filme sehen alle so kacke aus. Die sehen voll geil aus. Die sehen überhaupt nicht geil aus. Die sehen aus wie durch ein Bonbonpapier gedreht. Das ist so eine hässliche Scheiße. Das war der damalige Style. So hat man damals die Filme gemacht. 2012 oder 2013. Doch, klar. Nein. Peter Jackson hat seine Filme so gemacht. Und... Ey. Es sieht scheiße aus. Die drei Hobbit-Filme sind so geil erzählt. Die sind überhaupt nicht geil erzählt. Die sind überhaupt nicht geil erzählt. Die sind überhaupt nicht geil erzählt. Die sind zmaugt. Zmaugt. Dass du die Unverfrorenheit hast, dich hier hinzusetzen und das zu sagen... Hast du... Hast du der Hobbit gelesen? Ja. Digga, das ist so ein kleines Buch. Das Buch ist so dick. Ja. Wie... Wo kommen denn da sechs Stunden Filmmaterial her? Ja, das ist Zeitkunst. Nee. Schmutz. Nee, das ist einfach nur geil. Das ist einfach nur geil. Schmutz. Also, die Herr-der-Ringe-Verfilmungen sind alle... Alle geil. Alle geil. Deswegen haben sie auch so viele Oscars gewonnen. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Es geht um der Hobbit. Hör jetzt auf abzulenken. Nein, es geht nicht um der Hobbit. Man sollte nie wieder über diese Filme sprechen, weil die einfach schlecht sind. Die sind überhaupt... Ach. Nein. Die sind einfach nur schlecht. Ich spring gleich hier über den Tisch rüber. Ach, das schaust du gar nicht. Das war's mal wieder mit Hot Take Surf Cold. Schaut doch gerne mal in die letzte Folge rein. Da haben Yannick und Aileen nämlich schon über ihr Game of the Year 2023 gesprochen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis bald, Ronaldo. Tschüss.